So, herzlich willkommen zum 18. Weihnachtsmach, der Benzkranz-Brennschuh und jetzt die Ergänzkanunde. Übrigens, heute fallen bei mir drei Schulstunden auf, feierlich. Ja, ich werde jetzt trotzdem noch etwas Ausdruck machen und dann sieht man sich wieder. Ich habe wieder mal eine dumme Fliege gefunden. Sie ist einfach hier hinein geflogen. Da, das ist die Öffnung. Da. Wie? Ähm, falls ihr euch noch erinnern könnt, ich habe vor, äh, ich glaube, zwei, drei Tagen meinen Schreibisch aufgereiessen. Ja, gut. Jetzt habe ich noch eine Stunde der Schule und dann sieht man sich wieder. Ja, so und jetzt sind wir in der Schwerzgeschmiederschule. Und jetzt habe ich hier zwei Schachteln Zündhölzer, zwei große. Und vielleicht kennt ihr diese riesigen Gebilder, Kunstwerke aus Zündhölzer, die dann angezündet werden. Und sowas will ich jetzt nachmachen. Ich bin einfach zu unkrieg, um allein schon die Backung aufzumachen. Geil. So, jetzt müssen wir die irgendwie hier zusammenschnüren. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Gummibänder. Jetzt werden wir die Zündhölzer zusammenschnüren. Das wird ewig dauern. So, erster Ding wäre fertig. Ja, jetzt machen wir noch ein paar. Nummer zwei, so, Nummer drei, Nummer vier, Nummer fünf. So, letztes Streichholz. Und jetzt werden wir alle sechs vereinen. Scheiße. Okay. Okay. So, es wäre fertig. Und jetzt gehen wir raus und testen es aus. So. Tschüss, zwei Stunden Arbeit. Ich würde sagen, wir zünden lasst ihn. Holy shit. Ich bin mal wieder absolut dumm und habe zwei Stunden von Arbeit nicht aufgenommen. Zum Glück habe ich sie mit meinem Handy auch aufgenommen, aber halt in Hochformat. Es ist egal, ich schneide einfach Hochformat hinein. Tut mir leid. Ja. Zwei Stunden von Arbeit während dem über. Abonnieren und Like nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Und tschau. Malibon. Okay. Also ghpan.